Also wir haben 175 Stimmen gehabt, vom 4.12. entfallen 154 mal im Jahr, das entspricht 88%, 12 mal 9, 6,8%, 9 mal Enthaltung mit 5,14%. Am 11.12. haben wir 146 mal im Jahr, das entspricht 83%, 14 mal 9, 8% und 15 mal Enthaltung mit 57%. 18.12. 135 mal ja, 77%, 24 mal nein, 13,7%, 16 mal Enthaltung mit 9%. Das bedeutet, die nächsten Vorentscheidungen finden dann nachher statt.